ARD Text im Auftrag von Funk Wo ist er hin? Ja, ich weiß Scheiße, ich muss dich hinten treffen, du Pisser So geht das natürlich auch Darf ich jetzt mal hier So, jetzt habe ich hier, weiß ich nicht, zigtausend von Ach, zigtausend sind übertrieben Leicht übertrieben Da Komm her Hey, wie komm ich denn da rein? Okay Warte mal Nee, da habe ich jetzt keine Munition mehr Über Shit Wie zum Geier Was? Was ist denn hier? Ich verstehe es nicht ganz Was? Was? Na okay Na okay Komm ich denn nicht? Shit Ich dachte da käme ich vielleicht rein Ich muss hier euer Luftfett geben Ich muss hier euer Luftfett geben Ich bin jetzt hier Ich bin jetzt erst mal Ich bin jetzt hier Ich bin jetzt hier Ich bin jetzt hier Das war mir Ich bin hier Ich bin jetzt hier dass ich nicht Come on, ey, was? Das muss gehen. Ach komm. Ach komm. Das ist möglich. Ich sehe das. Was, 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 was? Come on, ey. Das muss so gehen. Ich sehe das, es geht. Hm. So, Schnell gebe ich ja nie auf. Hier muss es Möglichkeiten geben. Da geht's hoch. Na, leck mich doch im Arsch. Hm. Hey, das kann doch alles nicht sein, oder? Das kann alles nicht wahr sein, Mann. Hier geht's auch rein. Wie kommt man denn da rein? Also ich glaube fast, ich brauche da noch irgendwas für, was ich jetzt noch nicht habe. Nur, wo geht's denn jetzt weiter, ehrlich gesagt? Hier? Ja, wo es weitergeht, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wo ist das? Hm. Ja, warte, nochmal. Nee, da kommen wir nicht dran. Leute, wo geht's weiter? Da geht's zum Beispiel weit? Sag mal. Irgendwie, äh. Ich grad das Gefühl. Ich steh mal wieder um den Schlauch. Hier geht's auch weiter, aber hier komm ich nicht raus. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Hier. Das ist doch ne Wand zum Hochklettern. Oh, Freunde. Na, aha. Also hab ich's gefunden. Wie geht's also weiter? So, wir machen das nochmal. Also bin ich auf jeden Fall schon mal richtig. Das find ich ja schon mal sehr schön. So, was hab ich denn hier noch? Ähm. Fernzündung finde ich irgendwie lahm. Präzisionsbolzen. Ja, guck mal, dann mach mal die halt frei. Wenn ich, wenn's denn sein muss. Hab ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ah, jetzt bin ich auf jeden Fall oben. Oh. Ich verpasse hier alles. Ich verpasse hier alles. Also ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass ich hier wieder nochmal zurückkomme. Ich gehe jetzt hier nur weiter, weil ich denke, dass ich noch irgendwas bekomme. Wo bin ich diesen ganzen Scheiß hier? Holy Shit, Alter, was du denn? Willst du mich verarschen oder was? Ach, warum habe ich denn wieder die Rakete? Habe ich denn sonst nichts anderes? Okay, hier ist eine Rakete ganz gut. Oh ja, nimm mal hier, nimm mal, komm, wir fallen. So, ich brauche eine Munition, Kollege, nicht nur... So, jetzt rüst ich mich ganz gut. Ne, Munition, Dankeschön. Guck mal, da habe ich auch Munition. Hab ich nicht gerade irgendwo ein Fliegen sehen? Ne, hab ich mich vertan. Ähm, da bin ich gar nicht drauf. Okay. Oh. Ach. Guck mal einer an. Wie komme ich jetzt wieder hoch? So. Ach, Leute. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ah, ja. Geheimnis gefunden. Es geht also. Jetzt sind die alle auf hier. Guck mal. Kann auch nicht wahr sein, ey. Okay. Wenn ich da oben hingkomme, war sie immer noch nicht. Dafür werde ich wohl letztendlich durchmüssen. Ich gucke wieder. Da ist ein Himmelsschlüssel. Oh ja. Äh, was, was, was? Ja, nee, ist klar. So. Hey, wo geht's hier weiter? Hier geht's gar nicht weiter? Doch, klar geht's hier weiter. Ach so. Oh, hier geht's noch nicht. Warte mal. Da ist nix, ne? Ah, Sekunde. Shit. Warte. Äh? Ich muss noch mal hier hoch. Mann, 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 Mann. Warte, wo war das? So. Wieder ein Geheimnis gefunden. Hallo. Warum nehme ich die Sachen nicht auf? Ist alles voll? Na gut, wenn du das sagst. Höllen-Totem? Äh, Höllen-Totem erhalten Tempo und Schaden nahe Dämonen. Erhöhen. Diese Dämonen-Bomb unentwegt. Oh, bis das Höllen-Totem zerstört ist. Zerstöre den Totem per Nah-Kampfangriff. Um, okay. Ja, gut. Äh. Okay, wir springen runter. Öh, was? Was? Hier. Wo ist der Totem? Wo ist der Totem? Wo ist der Totem? Wenn ich mal wüsste, wo der ist, könnte ich da auch irgendwas tun. Warte, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Muss das jetzt sein? Um Himmels Windy, wo, wo sind die denn? Wo ist das denn hier? Wow. Ja, Freunde. Bei der guten Unterhaltung, da hab ich dir mal den Kopf absäbeln. So, Herz zu... Äh, was? Ja, gut. Die sterblich gehandicapten Kopf mal eben rüber. Was hab ich denn da? So, da gehandicapten, die Freunde. Ähm. Was will denn her, Junge? Ich weiß gar nicht, wo ich hier zielen muss. Ach, endlich. Und. Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Das geht hier richtig ab. Da ist noch was. Da, wie komme ich denn da ran? Dieser Weg ist mir irgendwie noch versperrt. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe null Munition. Ich weiß, dass es nichts bringt, ich versuche es trotzdem mal wieder. Aber es steht aber Zweiflung. Und hier sind es alle. Hier ist halt auch noch einer. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt hin? Oh! Guck mal, wen haben wir denn hier? Das habe ich ja fast übersehen. Oh nein, und ich habe keine Munition. Das ist wirklich ungünstig. Ach du Scheiße. Ja moin. Ne. Schade aber auch. Ne, dann muss ich wohl noch mal probieren. Brennende Erschütterung, guck mal. Das können wir eben nehmen hier. Und. Ich versuche es heute noch mal hier. Alles klar. So. Sekunde. Wo ist der andere? Hä? Wie kann das denn so schnell scheitern, bitte? Was brauche ich denn hier bitte alles, hm? Sekunde mal. So, jetzt habe ich ja ganz viele Sachen. So, jetzt gehe ich doch noch mal runter. Den habe ich auch. Wo war das? Hier. Sekunde. Ich lasse es mir nicht nehmen. Ich hab's ja gar gelacht. So, haben wir alle. Warum? Ich hab doch alle platt gemacht, die Arschleigen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt muss es noch schneller gehen, oder was? Ja, Mann. Holy shit. So. Ist das Ding da oben jetzt frei geworden dafür? Immer noch nicht. Das finde ich eine ziemlich dreiste Sache, dass das jetzt immer noch nicht frei geworden ist. Eine sehr dreiste Dreistigkeit. Hä? Jetzt bin ich verlaufen. Wo muss ich hin? Oh, Freunde, ey. Gab's noch irgendwas? Ne. Wieso komme ich da nicht hin? Was Tales oder passiert? Leider muss kein верх Vamos Body. Das ist ein Painter. Und wie geht es um Kom etti daddy. Shoot. Hielscher, composition und durchleicht. Das ist ein Eiwebser. Wieso komm ich da nicht hin? Ich hab irgendwas... Hier ging bestimmt einer hoch, den ich nicht genommen hab. Das ist natürlich scheiße. Ich brauch den fucking Himmelsschlüssel. Oder was das ist. Ja, ne? So ein Dreck. Die Erde ist der Schmelztiegel des Universums. Mutti. Oh! Ist überhaupt keine Himmelsschlüssel, aber gut. Eine Rune, die ich jetzt nehmen kann. Gesundheit. Senken Aufladezeit. Wovon? In der Luft verlangsamen. Warte mal. Bewegungsgerichts in der Luft, das ist auf jeden Fall sehr geil. Jetzt muss ich nur irgendwas abändern. Ähm... Jetzt müsste ich nur eventuell irgendwas abändern. Ähm... Anzug. Arsenal. Runen. So... Überlebe tödlichen Treffer. Äh... Verlangsamen eine Zeit kurzfristig. Okay. Benommenheit von Gegnern. Ja... Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Mist. Ich behalte das erstmal so, wie ich es jetzt habe. Außer ich komme halt nicht klar. Hier komme ich aber wieder hoch. Das ist ja schon mal schön. So. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Warum dauert denn das so lange mit dem Nachladen, ne? Ich habe den Käfer das verschleunigt. Und das ist das für ein Scheiß. Das ist ja schon mal so. Ja, das ist der Fall. Ich kann es nicht mehr so nennen. Ich kann es nicht mehr so nennen, ne? Ich kann es nicht mehr so nennen. Ich kann es nicht mehr so nennen. Das ist ja auch so nennen. Oh, wo kommst du denn her, Junge? Wo kommt die denn alle auf einmal her? Erstmal so alles schön gegen die Knarren. Keine Chance. Ich hab zu wenig Munition, ey. Die kommen alle auf einmal an.